Ich bin hier jetzt erfahren, er wollte mich hier, da bin ich auch, wie kommen wir jetzt schon so, ich mache mich total abgefährten. Es geschaut eigentlich überhaupt nichts mehr aus. Wachen Sie mich jetzt so aus. Also, so alt, was man auf dem Chat will, ohne weiteres, vollständig kann, die ganzen Tonen nicht gibt es in der Sinn. Und teilweise hat man Angst, es ist eh lecker. Also, man sieht doch alles aus. Es sieht mir, wenn es so von dir schon oder so ist. Ich hab's gesagt mal, ich hab's gesagt mal, ich hab's gesagt, ich hab's gesagt, nicht Ohren bis Boden, sondern Schultern. Ich hab's gesagt, die Köpfer sind aber vorn, vom Klappenfall bis Sand. Widerwiss. 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 Oh, das geht wieder. Das ist da. Das will er. Vielleicht mit der Flussmannschaumschmacher... Ja, jetzt wird es noch ein bisschen... Du musst auch sonst rein... Rettet aus, sonst geht's nicht! Ja, bravo! Super, super, super! Also, ich denke, die Steigerung ist hier nicht möglich. Schrank B, weil ich dich jetzt nicht so großteig bin. Danke!